Das ist ein relatives Kapitel für sich. Verkehrs ist Katastrophe. Ich mag die Location. Es ist eine perfekte Location, die überall zu kommen. In diesem Respekt, ich mag es. Hauptverkehrs Adolf, Stadt und die centralen Bezugsdruck. Das ist sicher ein markantes Symbol in der Stadt. Die Stadt waren wohl... ...die Tressel, die Train-Tressel. Das ist immer noch keine Verkehrszone und die Leute lassen auch das übrige Bilderschein. Ich habe eine Weile ganz knapp innerhalb des Gürtels gewohnt und ich bin praktisch nie über den Gürtel in den Außenbezirk. Und jetzt wohne ich knapp außerhalb des Gürtels und bin auch mehr hier außerhalb. Ich sehe ihn eigentlich sehr stark als etwa Rampenrafen oder so eine starke Barriere wie im Mund hat. Aber in erster Linie eine große Barriere zwischen Innen- und Ausgangsfußgänger nicht von der Gürtel als extreme Barriere war. Nicht wahrgenommen. Verraten ist eigentlich in Ordnung. Ich meine, dass es eine Barriere ist, kann man nicht verhindern. Ja. Aber wenn man da zumindest in der Mitte was hin macht, wo man dann auch extra hingeht... Das EU-Projekt ist ganz eindeutig für den Welsgürtel definiert gewesen und weil auch die Probleme dort waren. Angenehm. Ja. Momentan noch kein vis-a-vis. Wenn man da mit den Autos fährt... Oh Gott. Das ist nicht ganz nett. Ich meine, er wirkt natürlich auch in die Gebiete hinein. Die sogenannten Kreislaufersoren, die haben alle zugesperrt. Also eher Substandard. Selbst wenn man ganz nah dran wohnt, scheut, hierüber zu finden. Dass die Bezirke sich so wenig verantwortlich finden dafür. Weil es ist immer der Rand vom Bezirk, also es ist immer die Bezirksgrenze praktisch. Normalerweise dort auch jetzt nicht die Wählerschicht wohnt, die sich freuen. Dann muss man die Leitungen tun. Die Kirminelltäter am Gürtel. Die Herumtreiber sind dort unten, die Taschenbezirger sind dort. Wenn ich mit dem Auto fahre... ...benutzt man den Gürtel, einfach so. Das ist der Lärm. Dann ist er da und verstopft. Too much traffic. Ein paar Probleme. Mir ist es hier ein bisschen zu laut. Angenehm. Unmittelbar am Gürtel viele Wohnungen. Es werden immer unterdrückliche Wohnungen sein. Es tut einfach scheiße zu kommen. Es ist immer laut, egal. Wenn man das nicht so lange dreispurige, hochrangige Strasse vorbeigeht, ist das immer interessant. Es wird irgendwie nicht immer substandard bleiben. Es wird immer ein soziales Problemgebiet bleiben. Da werden einfach definitiv Leute wohnen müssen, die sich nichts anderes leisten. Für mich ist Stadtmangel. Gefällt mir. Nichts setzen. Es tut nirgends zu finden. Ja, ein Lokal noch. Einen Hubsen nach der anderen. Das ist ein Renommee. Das ist das Gürtel-Walking. Nachglück. Abenteuer. Da muss ich ehrlich sagen, aufs Frauen-Larkhaus tut noch gar nicht gehen. Die Lokale. Ja, man sitzt am Abenteuer. Erefe los und körperlich tot. Und da bist du halt dann von Lokal zu. Wenn wir den Gürtel hören, assoziiert er oft auch den Strich. Also ist der Gürtel nicht, was ich will sicher. Es wird nicht die Höhe zählt. Das war alles in dem Bereich. Man hat sich ja ein schlechtes Image. Also jetzt ganz allgemein. So viele Besuffene oder Heroenverkaufe. Du kannst dir auf die Nacht eigentlich nicht mehr mehr hintrauen. Wegen Nachtleben. Normalerweise stören. Du fühlst dich überhaupt nicht wohl. Wo der Mensch ist, dort kommt eben auch Leben hin. Das sind so viele Leute. Ich glaube schon, dass am WS-Gürtel, das hat schon einiges gebracht. Ja, da kommt Leben rein. Und Leben kommt immer dann rein, wenn es eine Vielfalt gibt. Im Grunde, wir haben einmal gesagt, das ist der 24. Beziehung.